Hallo liebe YouTube-Freunde, ich habe eine dringende Bitte an euch. Es gibt gerade eine Bürger-Erstell-Aktion bei McDonalds und da habe ich auch natürlich einen schmackhaften Bürger erstellt. Er nennt sich der Jandon, den ich in Gedenken an den Höllenfürsten den E.J. erstellte, welcher einst bei Schülertes hier sein Unwesen trieb und nun im DVB wütet. Auf jeden Fall würde ich mich sehr freuen, wenn dieser Bürger gewinnen würde und jeden, der eine Stimme abgibt, etwas an meinem Gewinn anteil lassen. Also dann bedanke ich mich schon mal im Voraus und ordentlich abstimmen würde ich sagen. Euer B vom Easy-Dreh.